hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft badwars mit mir dem torben und wir spielen heute auf der map floating islands 4x4 und jetzt im runoff ist auch dabei weil warum nicht alter oliver ja das sind wieder die besten ich kann machen okay er ist wieder so einer der erst mal okay habe ich jetzt die bronze im inventar versteht er das noch nicht so richtig er hat gerade erst mit minecraft angefangen so okay ich habe 15 blöcke aber der gute oliver ist ja schon hinter mir der wahrscheinlich so zweieinhalb steck so lange wieder da rum stand okay mach mal oliver ja du bist dran wirklich ja erst mal nicht zu ende bauen warum auch ach so ne er hat den skillmove ausgepackt und ist erst rüber gesprungen hat dann zu ende gebaut konnte ich natürlich nicht ahnen so gut bin ich nicht okay so ich mache direkt das bett kaputt also so freilauf wenn du so ein bisschen auf die base aufpassen weil ich habe ich habe herausgefunden was meine berufung ist nämlich das bett abbetten abzubauen ich weiß es eine tolle berufung bin ich auch ziemlich stolz drauf passt auch da kommt einer so ein gelber der jetzt dick auf die fresse bekommt okay er ist tot war ein dicker kampf guck mal der letzte blau voll equippte ist gerade in die mitte gerannt weißt du ist immer so ein problem wenn die voll equippten in die mitte rennen und die armen kinder alleine am stüssel lassen weil die kriegen es dann nie so gebacken dass da einer kommt der gerade deren bett abgebaut hat und sie dann von hinten auch noch snackt weißt das ist dann immer so ein ding oh er hat einen bogen und macht bau spam ist nicht so coole sache egal wird erstmal getötet jones weg so den geben habe ich auch noch bekommen passt einer auf unsere base auf ich weiß es nicht ich hoffe sonst bin ich gleich am arsch ich schiele mal kurz rüber aber so wie es aussieht passt keiner gerade auf okay ich bin mit zwei schwerteam schade wäre auch zu schön gewesen egal ich bin immer wieder bei unserer base war natürlich freiwillig okay severanov passt bitte auf unsere base auf ich mache das schon okay ich bin gut in sowas ach du da ist einer holy shit alter der hat den block schon ab wie dumm ist denn bitte dieser oliver der typ der stand beim eisen ist er dem nicht nachgerannt oder so pass auf bauen wir unser bett ein bisschen besser ein so dran auf holen wir hier von ein bisschen mal ein bisschen end stone und mach mal vorne dieses ding zu ja okay dann dann halt nicht weißt du okay stark so mach das mal ein bisschen dankeschön ich kümmere mich darum dass die nicht mehr so schnell kommen ein gelber kommt gut equipped wir müssen runter boxen severanov komm her also war auf ein roter kommt auch noch die betteln sich gerade boah voll geil erst mal ab stauben mit der spitzhacke läuft nicht so gerade ich bin tot sie waren auf der ersten roter ach das bist du glaube ich da hinten oder ja bist du sehr gut hast ihm gut angst eingejagt ich bin zu dumm zum hot keen ey so na okay rot gelb sieht so aus als würden die gerade schon so ein bisschen zerstört werden deswegen kümmere ich mich mal um rot einmal gucken was wir da reißen können die roten sind auf jeden fall in der mitte und equippen sich dick also rot müssen wir auf rot müssen wir aufpassen okay das war die dummheit wie man dünner nicht sein kann ich bin habe mich hochgebrochen wieder runter gefallen passt mal bitte alter ich werde einen nach dem anderen werde ich hier wieder runtergeboxt geschossen getötet achten rot kommt oder kommen die ich glaube schon also unser oliver ist gerade oliver hat einen roten ich glaube der hat ein oliver hat noch einen roten oliver ist stark also er packt gerade die dicken skills aus ich nehme alles zurück was hier über oliver gesagt hat er ist einer der besten pvp spieler den ich auch oliver ist tot ja so veranoff passt bitte auf dich auf okay bei uns hat auch schon direkt am anfang einer geläftet ist nicht so stark aber dagegen kannst du nichts machen gelb hat nur noch zwei spieler also ich werde mich zuerst um blau kommt blau kommt blau kommt blau kommt blau kommt blau schießt mich ab ähm so veranoff pass auf du bist der einzige der equip hat bleib zurück bleib zurück lass mich das machen was du machen willst ups okay ich bin tot unfair will er mich jetzt ein bisschen verarschen will das jetzt die ganze zeit machen ja von mir aus können wir auch warten lass uns hier warten ja das kann der meinetwegen machen also wir haben zeit ne es kommt gleich eh ein roter von hinten und snackt sich den aber der sammelt einfach eiskalt unser eisen ein oh er hat mich wieder drauf geschossen aber dann hat er mich getötet bleibt da bleibt auf jeden fall da ja ja juckt mich nicht ob du mich abschießt ähm ok er rennt nicht weg er kommt leute er kommt und macht natürlich boss beim wie hätte es auch anders sein können hab ihn hab ihn alles gut ja muss man so sagen weil er ging mir schon ziemlich auf den sack er hat das spiel verlassen okay ist natürlich auch cool ähm hab trotzdem ein kill bekommen ähm jo dann mach ich mal weiter pass auf worauf ist da oben einer jo da oben ist einer ja ja ich seh's okay den hole ich mir wenn du aufpasst dass hier gerade nicht an unser bett kommt dann äh kümmere ich mich um den hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ich denke ich hab ihn hab ihn sehr gut war noch mal spannend ich dachte ich gebe ihm die combo aber er hat mich genauso gut gerettet das warst du ähm severanov bitte pass auf rot ist krass drauf also vor rot müssen wir ein bisschen angst haben tatsächlich ich denke ich bin jetzt sofort tot obwohl vielleicht wenn ich jetzt richtig glück habe also da kann man wirklich von glück reden hab's ich hab's ich hab das bett von team rot jetzt der war noch pass einfach auf die base auf pass einfach auf die base auf einfach aufpassen dass kein roter da jetzt hinkommt dann wäre ich dir um äh sehr vieles dankbar okay pass einfach auf severanov einfach richtig gut aufpassen okay rot ist richtig krass equipped lass die ja nicht kommen bleib einfach da stehen genau oh geil oh geil nicht kommen lassen einfach blöd rumstehen und lass dich nicht runter schieben severanov die haben alle bögen und eisenschwerter also pass auf dich auf ich kümm mich jetzt auch gut oder soll ich ne ich mach druck aber guck mal hier wenn du gerade ein bisschen eisen hast ich geb dir noch mal was vielleicht tust du das in ne kiste oder so ähm ich warn dich schon wenn jetzt einer kommt wie ist der gelbe eigentlich gerade da drauf gekommen hat der sich hier einfach ah ja der ist hier einfach hoch gegangen okay das soll uns dann nicht weiter stören hätte nur ein bisschen mir sorgen gemacht wenn der einen weg nach oben gebaut hätte ich versuche mal ein bisschen gold zu snacken vielleicht ist gerade kein roter in der mitte wenn ich sterbe macht es auch nicht weil ich hab nichts oh ich kann mir tatsächlich gold snacken jo ich hab äh gold pass auf dass jetzt da kommt ein roter ein roter kommt severanov zwei rote kommen severanov zwei rote kommen ich bin tot pass auf pass auf die schießen dich ab die werden dich richtig hart abschießen ja hashtag boss bärm aber wer wird es nicht machen ne okay erstmal sterben weil das ist cool ist ihnen ähm sneak einfach hinter der wand nein 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 sneak hinter der wand severanov oh man jetzt schießt er wieder das ist echt sneak hinter der wand sneak hinter der wand sneak hinter der wand severanov lass dich nicht abschießen oliver komm ähm wir brauchen Hilfe der verstehts glaube ich gerade wieder nicht rot greift an ähm ich glaube er verstehts gerade nicht hä oliver komm zu uns er schreibt er schreibt bin bei rot super herzliche Hilfe rot greift an ja ähm ich bin bei rot also ich hab alles unter control er ist einfach ein bisschen äh 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 nicht so klug vielleicht oliver ist tot ernsthaft oliver bist du jetzt äh ist das jetzt wirklich dein ernst achtung er kommt er kommt nein ich hab ihn nicht ja doch ich hab ihn ok sehr gut einer weg ok hab respekt vor mir ah gut ich baue mir jetzt einfach hier den weg ab richtig is getfreckt so er mit der hann hier ein bisschen den weg abbauen ne äh das ist aber nicht nett komm gib mir ne chance digga bitte du das ist lustig nein oh man ich dachte er ich dachte er lässt mich ein bisschen in Frieden ok er kommt Leute nicht zubauen hier oben nicht zubauen äh da kommt noch ein zweiter roter von hinten es kommt noch einer es kommt noch einer wir müssen wir nein oliver oliver das war richtig dumm du hattest noch equip so rann auf bleib hier bleib hier oliver verschwendet das ganze equip du ohne schwert dahin gehen höchstens mit einer spitzzacke aber ein stock reicht auch völlig ok einen habe ich jetzt nur noch einer ne noch zwei ok einer ist tot nur noch er er ist auch tot ok jetzt nur noch der da oben nur noch einer ist da aber der hat volles equip der tränke der hat stärke der hat einen stärke trank getrunken sebranov komm zurück komm zurück wir müssen den kicken was anderes bleibt uns nicht übrig oliver bist du behindert er kommt er kommt sebranov jetzt oder nie kicken hab ihn ok wir haben gewonnen oh gott oh gott oh gott das war nochmal richtig spannend gg ok ja war eine coole runde leute ging auch 13 minuten wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like da und abonniert um nichts mehr zu verpassen und ja sebranov könnt ihr auch auf seiner offiziellen fanpage xxx ich bin dumm xxx und habe ganz viele x im namen xxx ähm ja antreffen und lasst ihm da auf jeden fall auf jeden fall auch ein like da weil er hat auch schon sehr viele x im namen da kann man dem auch schon mal ein paar likes da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten video leute haut da rein und ciao